recht herzlich willkommen zur 44 folge von grand age medieval unser händler müsste hier in der stadt sein ist das so ja millos dusan ist in der stadt und wir gehen gleich zum handeln rüber wir haben mal für 73 gekauft hier buntmetalle und die können wir jetzt hier verkaufen aber das lohnt nicht dann können wir es auch sein lassen das fleisch können wir verkaufen das wollen wir aber für was auch schon jetzt mehr behalten hier gibt es bier immer kaufen aber auch nicht viel dann wird fällt der preis gleich also drei bier dabei fälle haben sie auch auf 120 schon mal hier gekauft erhöhen wir noch der honig fließt hier mit 80 ok 9 ein paar zulegen den fisch werden wir hier los für 100 ok und 60 kosten die zitronen die wir kaufen könnten er kommen diese mal letztens irgendwo bei bursa oder wo das auch immer war los geworden fast schon der rest ich jetzt sagen machen wir mal nicht das bringt jetzt nicht so ganz so viel wir marschieren in die nächste stadt und gucken dass wir dann noch was kriegen die ist ja nicht weit weg hier und gucken was wir hier noch machen können also wir könnten hier das bier definitiv verkaufen um geld zu machen nur erstmal hier was zukaufen ok da geht es hoch der honig hier gibt es auch die mit tolle auch welche und mittel können wir hier verkaufen wir gibt es noch kohle 48 ok ein stein auto brauchen aber nicht 3 das ist jetzt auch nicht so dummer tja den fisch den können wir damit die verkaufen die zitronen ohne autos werden komplett weg ja den rest würde ich jetzt morgen wagen lassen oder ja macht sinn so viel rüber aus mir da so machen können gehen wir hier lang hier lang und da oben war ja auch noch unsere stadt mit dem punk ob wir da was kriegen ist die nächste frage wahrscheinlich brauchen die kohle und sowas um das zu produzieren jetzt sollten wir einen wagen nachkaufen oder so so ja gibt es nicht gibt es nicht gibt es nicht hier gibt es ordentlich wenn wir jetzt komplett eingekauft dann da ist der wagen voll kann man die komplett verkaufen ja uns ist ja den honig nehmen aber den möchte ich gerne da unten haben das lohnt nicht kohle haben wir für 48 gekauft die drei kann man verkaufen ich will aber kohle noch haben eher wie verkaufen die zwölf hemmen nehmen wir mit die kosten zwar ein vermögen aber oder tuch ist es nicht wenn wir mal trotzdem mit gut salz gott teuer verdammt mal dabei für 120 gekauft kaufen wir noch hier wollen wir behalten kommt damit so nächste stadt hier hoch exquisit schauen wir das war die rund reise machen so hier gibt es noch fälle dazu sind aber gleich schon teurer das gibt es nicht hier gibt es einen fisch für 60 tuch wird hier produziert aber da fehlt die wolle für aber für 250 gekauft ist kein gutes ding 52 48 ne jetzt haben wir irgendwas gekauft oder verkauft weiß ich auch nicht das weg dann nehmen wir noch eine mit ja 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 mal gleich höher gut ok nächste stadt schon unterwegs kaiowa so und wir können verkaufen aber schon der typischste preis bringt uns also nicht so wirklich was 28 fisch lohnt nicht hier sind die metalle für 250 können wir die einkaufen und machen wir auch und machen wir auch Token mit verkaufen kriegen wir die nr 73 hier ist kohle für 48 da können wir alles kaufen dann ist der wagen voll ne genau gut was können wir denn noch lassen für die drei lohnt es nicht ok bleiben wir so immer daheim exquisit ja zieht sich ein bisschen aber kriegen wir auch noch einen griff so da ist ein hinterher raus und wir sind drunter bier gibt es hier für 140 wir können nicht wegen vollem wagen alles klar salz würde auch nicht gehen den fisch kriegen wir hier los und den honig werden wir natürlich auch super verkaufen können da produzieren wir selber hier gibt es einen guten preis na alles kann man nicht bekommen aber reichlich eigentlich ne machen wir auch Kohle geht hier auch gut weg jetzt bin ich und war das jetzt richtig ich weiß es nicht na ist doch egal so da waren wir schon durch hier können wir noch zukaufen ne dann ändert sich der preis das wollen wir dann nicht hier wäre was möglich aber dann steigt auch schon der preis das bier ja aber irgendwas müssen wir da unten haben damit die sich auch an irgendwas erfreuen können ne gut komm wir machen hier oben noch den weg gerade rum wir haben hier eine Hungersnot in der Stadt die hätten mal sowas zu essen gebrauchen können haben aber gar nicht mit ne ja Fleisch immer mit können das für 234 aufbauen aber das ist schon der höchstpreis wahrscheinlich ne produzieren die hier zwar aber das ist der höchstpreis hier kriegen wir noch was hier kriegen wir noch was auch nicht wirklich Wein, Kohle die Wolle wäre noch interessant bringt es aber nicht mehr Krakow bringt uns nichts exquisit fahren wir noch mal bis nach und dann wieder runter so hier gibt es nix Bier es ist alles nichts sie produzieren hier Wolle ist aber nicht da Steine Hemm und Früchte alles ausverkauft bringt bringt es nicht runter exquisit genau sieht so aus als wir gucken müssen wenn wir den Punkt irgendwie wieder kriegen zum Beispiel ne und Brot guck mal nehmen wir zweimal Brot das nehmen wir definitiv mit und der Preis ist schlecht und der Preis ist richtig gut und der Preis ist richtig gut ja und hier ist der Rest ne und hier ist der Rest ne können wir im Wagen voll hätte ich jetzt mal gesagt ne könnte man hier super verkaufen ne 134 weg Salz nochmal zu kaufen ne das hatten wir schon das Bier ist teuer da da steigt glaube ich wenn ich das noch einnehme genau also lassen wir die Finger da von dem weiteren vorgehen konstanter noch Hungersnot aber wir haben glaub nix zu essen noch im Bergen oder nur das Fleisch doch roten wir auch aber das brauchen wir um ins mir die Punkte zu kriegen die Beliebtheit das wird noch schwer genug da unten ne das wird noch schwer genug so hier gibt's Fleisch hier gibt's Brot also hier wird das produziert aber irgendwie klappt das nicht die Bolle die bezahlen ja auch wieder einen guten Preis ne auch was los werden auch was los werden ja hier zack da kann sie richtig Geld machen ne 2.50 gekauft ja die Himmel oder das Tuch ne gehen wir nicht weg können sie Bier noch brauchen ist aber schon der höchste Preis wieder hier ne machen wir nicht gut und und weiter runter ja nix mir das fällt ja jetzt auch immer weiter runter das ist ja auch das Schlimme daran ne dann wird's noch schwieriger das wieder hoch zu kriegen so 80 da können wir 4 kaufen 200 fisch ist günstig ne aber die haben wir hier letztens hingebracht wahrscheinlich erst Getreide eine Etage höher gab's nix ne die hätten da noch Hungersnot ne können wir da jetzt hinbringen machen wir aber nicht fast egal was das kostet ich kauf den Ton oder ne brauchen wir auch nicht die Kohle können wir noch mitnehmen 4 mal Kohle Steine brauchen wir nicht auf nach Konstantinopel irgendwo war gerade ein Angriff das geht nicht so können wir Bier kriegen aber das Preis ist schon nicht gut Fälle für 120 geht auf 160 nur einkaufen Honig 80 Füchte für 60 gehen auch sofort hoch brauchen wir auch nicht können wir da 250 nein das ist schon ein ausgewogener Preis so das komplett mitnehmen kommen die Tonware nehme ich auch jetzt mit jetzt geht's hier drum das war die Dingens da unten hochkriegen ne das haben wir alles haben wir noch genug an Bord einen höher geht der Preiswert genau das ist es auch nicht dann geht der Preis auch sofort hoch nach Bursa nach Bursa weiter gucken so und hier geht nix ne etwas 4 super nix tonwaren 544 und rolle da ja das können wir hier noch verkaufen will ich aber nicht zack und dann noch mal jetzt mir an mal laufen und gucken dass wir da alles verkaufen was wir jetzt auf dem Wagen haben aber ich weiß nicht ob das was bringt 78 nix gebracht das Brot das müsste aber was bringen tut es auch nicht das Bier hat einen Prozentpunkt gebracht Felle bringen nix Salz 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 hat auch einen Punkt gebracht so jetzt der Honig auch einen Punkt da haben wir nix mehr und hier geht es jetzt aber ne oder ja das hat jetzt neun Punkte gebracht Tuch hat einen gebracht die Töpfer waren zwei Punkte rolle zwei Punkte lass es doch noch einen Punkt steigern Kohle nix aber der Wein bitte ja so 95 brauche mal da was gibt es denn sonst noch zu bereden zu unserer Aufgabe bräuchten wir jetzt nochmal Sympathie 80 Beliebtheit 95 das bedeutet hier die Diplomatie schönen guten Tag was gibt es denn sonst noch zu bereden Angebot unterbreiten ihr habt was anzubieten? ja immer gerne 100.000 Gold Angebot 100.000 geht wir wollen dafür Sympathie und ok und vorschlagen gut das machen wir so was hat die gesagt 85 oder 80 ich glaube 80 war das ich muss nochmal gucken 80 95 Diplomatie ein Angebot unterbreiten immer gerne ne das war jetzt falsch 1 ok ok ist ne Million oder? ja und statt Itzmir und jetzt den Vorschlag unterbreiten und das sollte gehen oder? ich geh da nochmal rein und mach noch die 8000 dabei ja so gucken ob's klappt Respekt wow Aufgabe erfüllt oder? ja ja ich glaube es ist ein guter Missionar mein Sohn nun lasst uns auf die Normanen blicken sie waren Heiden aus dem hohen Norden doch viele unter ihnen hat das Wort des Herrn ereiert es ist sein Wille dass wir unsere Feinde lieben darum beendet den unseligen Krieg den er mit ihnen führt und lasst sie so seine Barmherzigkeit erfahren so dann haben wir neue Aufgabe gekriegt wir müssen den Anführer der Normanen ist der Patricia Benito Gobin und mit dem müssen wir in Kontakt treten und Beziehungen zu ihm verbessern ja und das ist dann denke ich mal schon die nächste Aufgabe die wir haben und ja da werden wir jetzt schauen dass wir das dann in der nächsten Folge weiterverfolgen ok dann würde ich erstmal sagen recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid bis dann tschüss